Mason Keppel heiratet Cassandra Lockwood? Oh, das tut mir leid. Ich hab sie wirklich nicht gesehen. Ist das wahr? Ja, ja, ich denke schon. Ich meine, Warren würde doch keine Story drucken, die nicht wahr ist. Geben Sie die Zeitung her, ich muss gehen. Gina, entspannen Sie sich. Diese Rumhetzerei ist bestimmt nicht gut für Sie. Ich bin völlig entspannt, rührend, dass Sie sich sorgen. Gina? Ja? Erinnern Sie sich, da ist noch etwas, was Sie versprochen haben, mir zu geben. Nein, was denn? Brandons Telefonnummer im Sommercamp. Ach ja, ich war so beschäftigt, dass ich das wohl vergessen habe. Ich hab sie gerade nicht bei mir, aber ich geb sie Ihnen bei der nächsten Gelegenheit. Vergessen Sie es, dann besorge ich sie mir eben, wenn ich nachher dort vorbeifahre. Was? Nun, in Anbetracht dessen, was alles vorgefallen ist, wäre es wichtig, dass ich meinen Sohn von Angesicht zu Angesicht spreche. Das ist eine gute Idee. Was halten Sie davon, statt den weiten Weg zum Sommercamp zu fahren, wo er zweifellos durch andere Kinder abgelenkt ist, wie wär's, wenn ich ihn einfach herbringen ließe, hm? Das wäre wirklich nett, wenn Sie das tun würden. Es wäre für alle Beteiligten die beste Lösung. Ja, der Meinung bin ich auch. Na gut, ich kümmere mich drum. Reicht nächste Woche? Wissen Sie, ich hatte gehofft, dass es etwas früher geht, nämlich heute schon. Heute? Sehr richtig. Heute. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich mit mir zu treffen. Nein, wir haben Ihnen zu danken, dass Sie Davids Karriere so viel Aufmerksamkeit entgegenbringen. Entschuldigen Sie, aber da kommt die vierte im Bund. Vielleicht verrät er uns endlich, worum es geht. Sei nicht immer so ungeduldig. Sie kennen sich ja. Hallo, Julia. Guten Morgen. David, Angela, schön, Sie zu sehen. Da wir vollzählig sind, können wir gleich zum Geschäftlichen kommen. Da steht eine Nummer in der rechten Ecke. Ganz oben, die 9960. Ja, genau. Tja, sie musste vor zwei, drei Tagen bei Ihnen gewesen sein, vermute ich. Ja, ich warte. Was ist denn? Ich habe die Apotheke ausfindig gemacht, die diese Quittung ausgestellt hat. Es ist ein kleiner Familienbetrieb in St. Lucas. Wo ist das? Das liegt auf dem Weg nach San Francisco in... Ja, Ma'am? Sie haben sie bedient? Können Sie sie beschreiben? Tja, Ma'am, hat sie sich irgendwie eigenartig verhalten oder was getan, was sie komisch fanden? Das war, Eden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war, Eden. Was wollen Sie jetzt? Ich danke Ihnen, Rosa. Das ist in Ordnung. Ich hole gleich den Kaffee. Ich helfe Ihnen. Katharina. Ja, Sir. Du hast dich sehr rar gemacht in den letzten paar Tagen. Ich war einfach zu sehr beschäftigt. Das habe ich gemerkt. Ich war vorgestern Nacht sehr lange auf. Ich wollte mit dir reden, aber du kamst nicht nach Hause. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit. Es geht mir nicht um irgendwelche Unannehmlichkeiten. Es geht mir um dich, Katharina. Ich weiß, dass ich dich verärgert habe, aber wir sollten endlich darüber reden und die Sache aus der Welt schaffen. Es ist mir sehr wichtig, was vor Gericht passiert ist. Das quält dich doch. Wirklich, es geht mir gut. Und machen Sie sich bitte keine Sorgen mehr um mich. Und Craig braucht auch nicht mehr wie ein Schatten an mir zu kleben. Ich passe auf mich selber auf. Ja, ja, ich kann ja verstehen. Du bist ein erwachsener Mensch. Ich hatte Rosa meine Hilfe versprochen. Entschuldigung. Dir hat er auch nicht erzählt, was er vorhat? Nein, der Marschbefehl erreichte mich auch erst heute Morgen. Aber wie ich Sissi kenne, führte irgendetwas im Schild. Dann hoffen wir, dass er bald zur Sache kommt. Wir haben noch eine Besprechung mit dem Generalstaatsanwalt. Also, Rosa hat nebenan den Tisch gedeckt. Warum gehen wir nicht drüber? Ach, Ihr Anwesen ist wirklich herrlich, Sissi. Wir denken auch daran, unser Grundstück neu gestalten zu lassen. Wen haben Sie damit beauftragt? Ich gebe Ihnen später seine Karte. Jetzt sollten wir aber erst mit dem Geschäftlichen anfangen, Julia. Du sitzt bitte hier. David, Angela, Sie nehmen bitte dort drüben Platz. Also, ich glaube, David, es ist müßig, wenn ich noch einmal meine Bestürzung über den Ausgang von Jamesons Prozess äußere. Und obwohl mich der Verlauf der ganzen Geschichte tief betroffen macht, möchte ich Euch meinen Respekt aussprechen für das, was Ihr geleistet habt. Da ist aber noch jemand, der Ihre Arbeit zu schätzen weiß. Ich glaube, Sie erhalten heute Nachmittag einen Anruf vom Generalstaatsanwalt. Er hat sich sehr zufrieden über Ihre Arbeit bei der Aufdeckung des Abrechnungs- und Versicherungsbetruges unter den Ärzten geäußert. Es sieht sogar aus, als ob einige Nebenklagen folgen werden. Ihr beide seid ein verdammt gutes Team. Sie scheinen ja ausgezeichnet informiert zu sein. Dürfte ich fragen, worauf das Ganze hinausläuft? Das will ich Ihnen gern erklären. Und was ich Ihnen jetzt sagen werde, muss unter uns bleiben. In ungefähr einem Monat wird einer unserer Senatoren zurücktreten. Und der Gouverneur wird einen neuen ernennen, der für die verbleibende Amtszeit seinen Platz einnimmt. Und derjenige hätte dann auch einen erheblichen Vorteil bei den nächsten Wahlen. Ich könnte dafür sorgen, dass der Gouverneur Sie auf den Posten beruft, David. So ein Angebot bekommt man nicht alle Tage. Washington. Liebling, dort gehörst du auch hin. Jetzt zahlt sich die jahrelange Arbeit endlich aus. Ja, schön wär's. Nur ich bin... Ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg zum Ziel ist, ob das der geeignete Zeitpunkt ist, Santa Barbara zu verlassen. David, Sie haben die Möglichkeit, Senator zu werden. Kalifornien hat einen der einflussreichsten Sitze im Kongress. Und mit Ihrem Charisma ist der Rest des Weges vorprogrammiert. Si, si, ich finde, das wäre ein wenig überstürzt. Ich... Ich meine, ich beginne meine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit gerade auszubauen. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sprung in den Senat wagen sollte. Und was sagst du dazu, Julia? Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ich eigentlich damit zu tun habe. Ich weiß, dass ihr eng zusammenarbeitet. Und da ihr euch schon lange kennt, dachte ich, dass er sich bestimmt von jemandem überzeugen lässt, der private Interessen genauso außer Acht lässt wie er selbst. Ich bin mir sicher, dass David einen ausgezeichneten Senator abgeben würde. Siehst du, Schatz, du bist du bestimmt. Wir finden alle, du solltest es wahr. Nein, da haben sie mich falsch verstanden. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um eine sehr wichtige Entscheidung handelt. Und die sollte man nicht so übers Knie brechen. Dein Instinkt hat dich bisher nie im Stich gelassen. Aber es steht eine Menge auf dem Spiel, also solltest du in Ruhe nachdenken, ob deine Entscheidung die richtige sein wird. Ich will sofort mit Sissi über seinen Sohn sprechen. Das glaube ich Ihnen nicht. Was wird hier eigentlich gespielt? Erst verweigern Sie mir den Zutritt zu Sophia. Und jetzt wird Sissi abgeschirmt. Haben Sie eine Stellung als Wachhund angeteilt? Und wieso glauben Sie, dass Sissi das nicht gelesen hat? Keine andere Zeitung hat diesen Artikel gedruckt. Und bekannterweise stammt dieses Blatt aus dem Hause Leipzig. Wie hoch sind da wohl die Chancen, dass Sissi es liest? Ich bin sicher, er wird schon längst. Na wunderbar, dann ist er vorbereitet. Und jetzt würde ich ihm gern gegenüber treten. Ich will seinen Gesichtsausdruck sehen. Ich will sehen, wie seine Schlagader zu platzen droht. Vermutlich wäre es besser, vorher einen Krankenwagen zu bestellen. Ich meine, wenn er wirklich der Vater meines Babys ist, wäre es doch blöd, wenn er vorher ins Gras beißt, oder? Er wird das sicherlich schon irgendwie überleben, Gina. Dann gehen Sie mir aus dem Weg, damit Ihnen die gute Nachricht auch garantiert erreicht. Schon gut, schon gut. Zeigen Sie ihm den Bericht, aber dann verschwinden Sie. Denken Sie, ich halte mich hier länger auf als nötig? Wenn Sie mich so fragen, ja. Außerdem ist es das Sprungbrett ins Weiße Haus. Sie sind noch jung und haben viel Zeit. Und wenn die Zeit reif ist... Entschuldigt, dass ich hier so reinplatze, aber er kennt mich ja schließlich. Gina, wir sind mitten in einer Besprechung. Ja, das sehe ich, sehr schön. Dann bin ich ja genau richtig und werde mich an eurem Gespräch beteiligen. Oh, du hast Ihnen bestimmt schon die Neuigkeiten über Mesen erzählt. Wovon redest du eigentlich? Soll das etwa heißen, du weißt es noch nicht? Jetzt komm endlich heraus damit. Es gibt einen treffenden Spruch beim Pokern. Deck die Karten auf. Das soll wohl ein Scherz sein, ganz offensichtlich. Also ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Er versucht mich öffentlich bloßzustellen. Sisi, ich widerspreche dir nur ungern, aber um dich geht's in diesem Artikel gar nicht. Mason Campbell heiratet Casandra Lachner. Das Titel ist erlogen. Er soll nur den Namen Keppel in den Schmutz ziehen. Das lass ich nicht zu. Nein, es ist wirklich wahr. Ich habe mit Mason gesprochen. Du hast mit Mason gesprochen? Ja. Und er will wirklich heiraten? Wir treffen uns im Flugzeug. Er heiratet eine Lockridge, das hat er vor? Julia, das kannst du zulassen? Wie bitte? Was soll sie denn tun? Er wollte dich zurück? Das hat man doch gemerkt. Du hättest ihm nur ein Stückchen entgegenkommen müssen. Eine Sache, die zum Scheitern verurteilt ist? Julia, er hat sein ganzes Leben für dich auf den Kopf gestellt. Er ist ein neuer Mensch. Er hört auf zu trinken. Sisi, Mason und ich, das ist Vergangenheit. Er weiß es, wir beide wissen es und er hat das Recht zu machen, was er will. Es war auch einer Ihrer Leihwagen. In Ordnung, gut, Sie haben meine Nummer. Danke. Was haben Sie gesagt? Sie werden den Computer durchforsten und versuchen, den Wagen auswendig zu machen. Mehr können wir nicht tun. Dann war Ihre Vermutung mit dem Hotelzimmer also doch wichtig. Ja, ich hätte weitersuchen sollen. Sie muss sich irgendwo in der Nähe aufgehalten haben. Glauben Sie, Sie könnten dort mehr ausrichten als hier? Wenigstens wissen wir jetzt, bei welcher Firma Sie den Wagen gemietet hat. Das bringt uns doch ein ganzes Stück weiter. Ja, hoffentlich. Hallo? Ja, wann war das? Und hat sie irgendwas darüber gesagt, wo, wann sie ihn oder wo sie ihn abgeben würde? Verstehe. Nein, schon gut, danke. In Ordnung, danke. Ja. Danke Ihnen. Also, Sie hat den Wagen unter dem Namen Jane Smith gemietet. Sie benutzt einen Führerschein aus South Carolina. Gestern gab sie den Wagen am Flughafen von San Francisco ab und bezahlte in Bahn. Dann müssen Sie doch jetzt nur... Jeden Flug, jede einzelne Fluggesellschaft, die gestern nach 14 Uhr von San Francisco abgeflogen ist, überprüfen. Und natürlich hat sie den Namen Jane Smith nicht nochmal benutzt. Es ist nicht zu fassen, wir sind wieder am Anfang, wieder bei Null. Sie dürfen jetzt nur nicht aufgehen. Es ist doch zum Verrücktwerden, da ist sie nur 200 Meilen von zu Hause entfernt. Und was macht sie? Sie fährt zum Flughafen, setzt sich in einen Flieger nach Gott weiß wohin. Weil Eden Hilfe braucht. Ja, ich weiß, dass sie Hilfe braucht. Aber sie muss sich doch irgendwann mal wieder an etwas aus der Vergangenheit erinnern können. Daran, dass sie eine Familie hat und dass ihre Kinder sie vielleicht brauchen. Hören Sie, ich kann mir denken, wie ungeheuer frustrierend das alles für sie sein muss. Trotzdem dürfen sie nicht vergessen, was Eden gerade durchmacht. Ja. Ich muss mir was einfallen lassen. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Ja, hallo, hier ist Bruce. Herr Zuman, du musst mir helfen. Kannst du bitte jeden Flug, der gestern Nachmittag San Francisco verlassen hat, auf eine Jane Smith überprüfen? Oder jeden weiblichen Passagier, der sein Ticket bar bezahlt hat? Es tut mir leid, dass wir unsere Besprechung so abrupt beenden müssen. Aber nach Masons jüngsten Eskapagen muss ich einige Telefonaten beführen. Das macht nichts. Ich muss mir ihr Angebot in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Schön, aber ich hätte ihre Entscheidung gern so schnell wie möglich. Mit Sicherheit. Vielen Dank. Wiedersehen Sie. Bis dann, Julia. Ach, kommen Sie schon, Craig. Ich will ihr doch bloß die Neuigkeiten über Mason und Cassie erzählen. Wie ich schon sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nur weil sie im Koma liegt, heißt das noch lange nicht, dass sie nichts mitkriegt. Und medizinisch gesehen kann sie sogar alles mitbekommen. Ich weiß noch damals, als ich sie im Koma lag und ich dachte, das wäre sein Ende, hat er es doch überlebt. Und seine Sinne hat er ja auch noch recht gut beieinander. Craig. Frisches Obst, gut für das Baby. Ich möchte mich kurz mit ihr allein unterhalten. Aber sicher, gerne. Ein Tag voller Überraschung, was? Aber du trägst es wirklich mit Fassung. Was hast du denn erwartet? Einen Herzanfall? So ein Unsinn. Ich will doch nicht, dass du stirbst, bevor das Kind zur Welt kommt. Naja, es ist nur, ich dachte, die Nachricht einer Cap-Lockridge-Vereinigung würde dich schon etwas erschüttern. Und deshalb wollte ich es dir sagen, damit ich dich eventuell trösten kann. Noch sind sie nicht verheiratet. Und so wie ich Mason kenne, stehen die Chancen dafür 1 zu 20. In ewiger Hoffnung, Amen. Das ist keine Überraschung. Mason zeigt damit deutlich, was er von mir hält. Er hat mir und der Familie nur Kummer bereitet. Er verdiente seiner Lockridge zu heiraten. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie ich mich in meinem Zustand fühlen muss, wenn ich sehe, wie du mit deinem schon vorhandenen Sohn umgehst? Er hat sich von mir abgewandt, und das weißt du. Ja, und ich weiß auch, wie sehr du meine Meinung schätzt. Aber es ist doch ganz offensichtlich, was Mason erreichen will. Ja, das ist es. Er versucht weiterhin, mich öffentlich zu demütigen. Oh, ich bitte dich, Sissi. Wenn er das wirklich vorhätte, müsste er einfach nur mich heiraten. Stattdessen heiratet er eine Frau, die schon immer zu den Capples gehören wollte, oder nicht? Ich glaube, dass Mason das als Möglichkeit benutzen will, in die Capples-Familie zurückzukommen, die ihn seit langer Zeit ausgestoßen hat. Glaub mir, er war sehr stolz auf seinen Namen. Es reicht, Gina. Du hattest einen Auftritt. Würdest du jetzt bitte gehen? Schon gut. Ich gehe. Cassie Kerpel, das klingt doch einfach fantastisch. Ich habe eine Idee. Du könntest ihr deine Monogramm-Handtücher schenken und würdest noch Geld sparen. Bis später. Tut mir leid, ich hätte sie nicht reingelassen, wenn ich das gewusst hätte. Schon gut. Das war eine wichtige Neuigkeit. Ja, aber die restlichen Tiraden hätte sie sich sparen können. Eigentlich hatte sie gar nicht so Unrecht. Gina? Wenn ich bedenke, dass das Kind, das sie austrägt, von mir sein könnte. Denke ich auch, dass das eine Chance wäre, endlich einiges wieder gut zu machen. Mit Gina als Mutter? So schlimm ist sie auch wieder nicht. Ihre Ansichten sind zwar manchmal verworren und sie kann einen verärgern und verletzen. Aber eigentlich ist sie durchaus liebenswert. Ich möchte Sie bitten, sie im Auge zu behalten. Bislang ist ihre Schwangerschaft ganz ruhig verlaufen und das soll auch in Zukunft so bleiben. Sie sind der Boss. Nein, schon gut. Wie auch immer. Mit Sicherheit, ja, bis dann. Also, die einzige Jane Smith, die gestern aus San Francisco abgeflogen ist, war auf dem Weg nach Iowa. Und der Computer hat ungefähr 800 Frauennamen ausgespuckt, die ihre Tickets barbezahlt haben. Jetzt haben wir eine Menge Informationen und sind trotzdem wieder bei Null. Entsetzlich. Es tut mir so leid, Cruz. Ja, auch deswegen so vielversprechend an. Guten Morgen. Ich, äh, ich hoffe, ich störe nicht gerade. Nein, bitte komm rein. Ihr kennt euch ja. Oh, aber ja, natürlich. Hallo. Hallo. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Ja, gern. Bin gleich wieder da. Susan hilft, ähm, hilft mir mit den Kindern. Ah, ich verstehe. Was ist los? Du siehst irgendwie besorgt aus. Ist alles in Ordnung? Nein, nicht ganz. Die Suche nach Eden hat in eine Sackgasse geführt. Das tut mir sehr leid, Cruz. Und? Wie geht's dir so? Ja, weißt du, ziemlich gut. So ganz allgemein gesprochen. Mama erzählte mir, dass deine Mutter nach Mexiko fährt. Auf Verwandtenbesuch. Ja, ja, das stimmt. Sie wird sogar einige Wochen da bleiben. Ach, das ist toll. Schön für sie. Weißt du, ich wollte dir anbieten, auf die Kinder aufzupassen, aber wenn Susan das bereits tut... Warte, na ja, ähm, Susan muss bald wieder arbeiten und da bin ich sehr froh, wenn du Zeit für die Kinder hättest. Das tue ich gern. Danke. Kein Problem, Cruz. Weißt du, du hast schon so viel für mich getan und ich weiß nicht, wie ich dir je dafür danken soll, aber... Ich, ich muss dich schon wieder um einen Gefallen bitten. Na klar, was denn? Ich werde Brandon heute treffen. Und, äh, Gina hat das alles organisiert. Und ich habe gehofft, dass, wenn es dir nichts ausmacht, ich ihn... dass ich ihn hier treffen könnte. Gerne. Weißt du, unter normalen Umständen macht mir mein Zimmer nichts aus. Ich befürchte nur, dass er sich vielleicht da nicht wohlfühlen könnte und ich möchte, dass... Er soll sich in deiner Umgebung wohlfühlen. Ja, so ist es. Klar, das ist doch kein Problem. Weißt du, ich habe mich sehr vor ihm geschämt, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. So kurz nach der Entführung. Ich meine, er ist mein Sohn, aber... Ich, ich will nur vermeiden, dass er irgendwie in meiner Gegenwart Angst bekommt. Ach, nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Er ist ein aufgeweckter Junge und er versteht, was du durchgemacht hast. Und er weiß auch, dass du ihn über alles liebst. Danke, Cruz. Vielen, vielen Dank. Ach, es tut so gut zu wissen, dass man nicht allein da steht. Weißt du, dass jemand zu mir steht? Das mache ich doch gerne. Schon in Ordnung. Wirklich. Katharina. Einen Moment. Ich würde mich gern mit dir unterhalten. Ich, ich bin auf dem Weg in die Uni. Ich habe wirklich keine Lust mehr darüber zu reden, was vorgefallen ist. Bitte, wir würden ohnehin keinen gemeinsamen Nenner finden, also können wir es nicht vergessen und neu anfangen? Ich möchte nicht, dass du den Eindruck bekommst, ich würde alle bespitzeln lassen. Ich will meine Familie nur behüten, mehr nicht. Ich gehöre aber nicht zur Familie. Ich habe dich sehr gern und ich möchte, dass du dich als Teil unserer Familie fühlst, solange du bei uns bist. Es liegt mir fern, irgendwelchen Druck auf dich auszuüben, Katharina. Ich bin im Augenblick wohl etwas durcheinander. Ich verstehe das sehr gut. Ich bitte dich, wende dich nicht von mir ab, wegen dieser Sache, die du vor Gericht gehört hast. Ich habe mich geändert. Und bemühe mich ständig. Ich versuche doch nur, meine Familie zusammenzuhalten. Tut mir leid. Ich muss jetzt los. Tut mir leid, wenn ich gestört habe. Ich versuche nur, zu retten, was zu retten ist. Ich hoffe, Sie haben sich seit Ihrer Rückkehr wieder gut eingewöhnt. Danke sehr. Ich möchte Sie um eine Aushilfe bitten. Wir haben zu wenig Personal, um die Arbeit hier zu erledigen und uns um Sophia zu kümmern. Wir haben Sie alle so gern und bedauern es, dass wir nicht genügend Zeit haben, um Sie zu pflegen und sicher zu gehen, dass ihr nichts fehlt. Ich weiß, dass eine Schwester die ganze Zeit für Sie da ist. Aber fremde Hilfe ist doch nicht das Gleiche wie... Ich weiß, was Sie meinen. Kelly und ich verbringen schon so viel Zeit wie nur möglich bei ihr. Vielleicht sollten wir wirklich noch jemanden einstellen, der uns hilft. Das wäre bestimmt für alle Beteiligten gut. Ich kümmere mich darum. Ich weiß sogar schon, wer in Frage kommt. Entschuldige, bitte. Hallo. Deine Sekretärin sagte mir, dass ich dich hier finde. Ah ja? Und hattest du etwas mehr Glück mit der neuen Spur? Ja und nein. Ich konnte ihr bis zum Flughafen von San Francisco folgen. Ab da ist sie wieder verschwunden. Und sie war ganz sicher in dem Motto? Hundertprozentig. Da sie sich in diesem Bundesstaat aufgehalten hat, wollte ich dich bitten, deinen Einfluss geltend zu machen, damit wir die Suche erweitern können. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte eine vollständige Liste aller Flugpassagiere, die gestern nach Mittag aus San Francisco abgeflogen sind. Und möglicherweise könnte sie dabei gewesen sein. Hast du eine Vorstellung davon, wie lang so eine Liste sein kann? Naja, so um die 4000 nehme ich an. Ich weiß, dass ich die Nadel im Heuhaufen suche, aber ich habe keine andere Wahl. Na gut, ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Danke. Ist dann noch etwas? Ich fände es toll, wenn du ihr Foto und ihre Beschreibung an jede Polizeidienststelle in verschiedenen Bundesstaaten und an jeden Sheriff faxen würdest. Und wenn dein Büro als Absender draufsteht, bekommt die ganze Sache vielleicht mehr Bedeutung. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Weißt du, ich finde, Sissi hat recht. Nach fünf bis sechs Jahren im Abt würden dich alle auf Knien bitten. Oh, David, du hörst mir ja gar nicht zu. Aber natürlich höre ich dir zu. Ich bin nur der Meinung, dass du und Sissi Campbell die Sache mit dem Weißen Haus ein wenig überstürzt. Es ist bestimmt das Beste für dich. Ich weiß es. Hallo. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Sind Sie sicher? Oh, tut mir leid. Als ich Sie da stehen sah, dachte ich, Sie wären... Eden. Ja, das war Ihre Lieblingsstelle, wissen Sie. Sie liebte das Licht. Ja. Fangen Sie heute mit dem Unterricht an? Ja, heute am späten Nachmittag. Und glauben Sie mir, die meisten Leute reagieren nicht viel anders als Sie, wenn ich mich Ihnen vorstelle, als Suzanne Collier. Ja, Eden hat hier als Suzanne einen enorm starken Eindruck hinterlassen. Kann man wohl sagen. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie hier geblieben sind, um Cruise zu helfen. Darüber ist er bestimmt sehr froh. Wenn ich doch mehr tun könnte, um ihm zu helfen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich kümmere mich gern um die Kinder, aber... Ich wünschte, ich könnte ihm bei der Suche nach Eden helfen. Ja, es ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, dass sie die ganze Zeit hier war und keiner hat es gewusst. Haben Sie Ihr Bild von der Steilküste gesehen? Dort ist der Unfall passiert. Als ich sah, wie Cruise es sich anschaute, war es als würde... ...erst wieder durchleben. Ich finde es nicht gut, so ein schmerzliches Erinnerungsstück aufzuheben, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er auf diese Weise Eden zurückholen wollte. Das wär's. Was? Ah, Sie haben mich gerade auf eine ganz tolle Idee gebracht, wie ich Cruise helfen kann. Wär ich? Ja, danke. Hey. Wo ist Brandon? Sie sind noch nicht aufgetaucht. Sie sind doch erst ein paar Minuten zu spät. Gina weiß, wie viel mir das Treffen bedeutet. Sie versucht ihm sicher gerade auszureden, hierher zu kommen, bestimmt. Nein, 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 das würde sie nicht tun, Santana. Und wenn Brandon vielleicht... ...wenn er mich überhaupt nicht sehen will. Ich meine, das ist doch möglich und ich kann ihm das noch nicht mal verdenken. Er wird kommen, glaub mir. Er wird schon kommen. Er kommt bestimmt. Schon gut. Du willst weinen doch nicht. Ja, gut. Gut. Beruhige dich. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Das ist schon okay. Ach ja. Amado hat Adriana und Chip geholt und ist mit ihnen zum Strand spielen gegangen. Schön, Sie haben immer viel Spaß zusammen. Willst du nicht aufmachen? Alles in Ordnung? Ja. Ja, ja. Oh Gott, wie sehe ich überhaupt aus? Sag die Wahrheit, wie sehe ich aus? Du siehst toll aus. Er wird bestimmt... Es wird schon gut gehen. Vertrau mir, okay? Jetzt entspann dich. Er liebt dich. Ich hoffe es. Ganz bestimmt. Ich gehe nach Amado und den Kindern sehen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Hey. Mein Junge. Weißt du noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben? Da war ich nur nicht ich selbst. Da war ich nur nicht ich selbst. Aber ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Weißt du, manchmal... Da gerät meine Liebe ein wenig außer Kontrolle. Ja, das ist wahr. Mir geht's aber wieder gut. Und der Arzt, du erinnerst dich vielleicht noch an ihn, kann mir auch keine Drogen mehr geben. Glaub mir, ich habe mein Leben endlich wieder unter Kontrolle. Du kannst dir bestimmt vorstellen, es war wirklich nicht leicht. Aber weißt du, was mich über Wasser gehalten hat? Der Gedanke, dass, wenn ich es schaffen sollte, durchzuhalten... ...ich dich wieder sehen könnte. Ich habe dich vermisst, Junge. Das geht mir ganz genauso. Komm her. Komm her. Siehst du, das war doch nicht so schwer. In Ordnung. Und jetzt fegen wir die alte Geschichte einfach vom Tisch, ja? Und jetzt erzähl mir lieber alles über das Ferienlager, in dem du gerade bist. Es ist toll. Wir machen eine Menge Sachen. So, so, eine Menge Sachen. Was macht ihr denn so? Etwa sowas wie Schwimmen oder Baseball? Und wie man mit dem Computer umgeht. Ihr macht Hausaufgaben in den Sommerferien? Ich finde es wichtig, Brandon zu fördern. Er hat ein Gespür für Computer. Ja, denke ich auch. Einmal habe ich mal am sogar gezeigt, wie man... Du solltest deiner Mutter von eurer Baseballmannschaft erzählen. Sie haben jedes Spiel gewonnen. Es war nur die Lagermeisterschaft. Hört sich wirklich toll an. Wunderbar. Auf welcher Position hast du denn gespielt? Ich spiele zweite Position. Und ich hatte vier Treffer. Oh. Oh, wirklich? Und was für Spiele spielst du noch? Nach den Sommerferien fange ich mit Fußball an. Fußball? Oh Mann, ich... Weißt du, ich liebe Fußball. Ich liebe es. Ich werde nicht eins deiner Spiele verpassen. Und weißt du noch was? Ich habe sogar schon ein paar Knieschoner für dich. Du spielst Fußball? Ja, ich war sogar sehr gut. Es gibt in meiner Schule nur ein paar Mädchen, die gut spielen können. Nur ein paar Mädchen, was? Ach ja. Es tut richtig gut, dich wiederzusehen. Und jetzt, wo ich wieder über den Berg bin, können wir eine Menge Zeit miteinander verbringen. Wir können uns sehen, wann immer wir wollen. Das stimmt doch, Gina. Sicher. Übrigens, ich habe was für dich. Ein kleines Geschenk. Hoffentlich gefällt es dir. Angela, ich lasse mich zu keiner Entscheidung drängen. Ich muss eine Menge überdenken, bevor ich meine Wahl treffe. Es hängt einfach viel zu viel davon an. Ich würde gerne wissen, was da so groß zu überdenken ist. Ich kann das nicht verstehen. Da ist doch nichts, was dich in Santa Barbara halten könnte, oder? Nein, das ist so nicht wahr. Also, was hält dich denn dann hier? Ich denke, wir beide hatten beschlossen, meine Karriere langsam aufzubauen, damit die Leute uns respektieren und Vertrauen in meine Arbeit haben. Das ist sehr wichtig, wenn ich eine langfristige Karriere anstelle. Na gut, aber wie lange willst du warten, bis du endlich für die Entscheidung bereit bist? Der Gouverneur ist noch sechs Jahre auf seinem Posten. Wenn er jetzt jemand anderen für den Posten vorschlägt, wird dieser ihn für die nächsten 20 bis 30 Jahre besetzt halten. David, das ist die Chance, eine Position in Washington zu ergattern, von der die meisten Männer Zeit ihres Lebens nur träumen können. Es wäre idiotisch, sie nicht wahrzunehmen. Für das Vertrauen, das du in mich setzt, möchte ich dir aufrichtig danken. Und auch, dass du zu mir stehst, ganz egal, wie meine Entscheidung ausfällt. David, das ist doch selbstverständlich. Ich fürchte, in letzter Zeit ist gar nichts mehr so selbstverständlich. Du kannst hier sitzen und mir so gut zureden, wie du möchtest. Aber sieh der Tatsache lieber gleich ins Gesicht, dass ich mich nicht als Santa Barbara abschieben lasse, nur weil du... Nur weil ich was? Nur weil du mich nicht hier haben willst. Wirklich schade, dass die schlechte Nachricht unser Treffen mit Sissi unterbrochen hat. Ich fand die Nachricht gar nicht so schlimm, Angela. Wenn Mason glücklich ist, dann freue ich mich für ihn. Aber sie waren doch mal verheiratet und haben ein gemeinsames Kind. Dann tut sowas doch weh. Nein, tut es nicht. Unsere Ehe gehört schon lange der Vergangenheit an. Ich kann damit leben. Und ich hoffe, Mason und Cassandra haben etwas mehr Glück miteinander. Das ist eine bewundernswerte Einstellung. Und was ist mit ihnen? Was soll mit mir sein? Na ja, wenn Mason Capwell sie nicht zufriedenstellen konnte. Zufriedenstellen? Ist das für sie das Wichtigste in einer Ehe? Ich meine, irgendwo da draußen schwirrt doch sicher ihr perfekter Mann rum. Ein Anruf für Sie aus Ihrem Büro, Miss Wainwright. Dankeschön. Sehen Sie, darum dreht sich zurzeit mein Leben. Meine Arbeit und meine Tochter. Und den perfekten Ehemann zu suchen, steht nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Entschuldigen Sie mich. Neuigkeiten? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Igen gestern vom Flughafen aus San Francisco abgeflogen ist. Wir haben bloß keinen blassen Schimmer wohin. Was? Du wusstest, wo sie war und hast mich nicht informiert? Ich hab's erst erfahren, als es zu spät war, etwas dagegen zu unternehmen. Deswegen lasse ich mir auch die Passagierlisten faxen und hoffe, dass ich ihre Spur wieder aufnehmen kann. Wieso schickst du da nicht einige deiner Männer zum Flughafen? Aber Sie, Sie, es ist doch bereits alles in besten Händen. Nein, das ist es erst, wenn ich meine Tochter wiederhabe. Wir können uns doch nicht so eine Gelegenheit entgehen lassen. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Aber im Moment tun wir alles, was möglich ist. Nur sei bitte realistisch. Wenn sie es tatsächlich geschafft hat, einen Monat lang unerkannt unter uns zu leben, wie sollen wir sie denn jetzt so schnell erkennen können, wenn sie es nicht will? Ja, aber irgendjemand muss sie doch erkannt haben, wenn du davon erfahren hast. Es war irgendeine Kassiererin in irgendeinem Laden. Verdammt, sie hat Igen auch nicht erkannt. Es war was anderes. Nämlich, was sie sagte. Was hat sie gesagt? Es muss wohl sehr merkwürdig gewesen sein, denn als Igen ihre Sachen abstellte, um zu bezahlen, hob sie eine kleine Puppe hoch mit den Worten, wissen Sie, meine kleine Tochter würde... Und die Frau sah sie erwartungsvoll an, weil sie dachte, sie würde den Satz mit Sie lieben beenden, aber sie sagte nichts. Sie legte die Puppe wieder hin und war plötzlich wie ausgewechselt. Und dann lief sie ohne ein weiteres Wort aus dem Laden. Mein Gott. Sie war wie ausgewechselt? Oh mein Gott. Cruz, wir müssen sie finden. Wir müssen sie unbedingt finden. Verdammt nochmal, du musst doch irgendetwas machen können. Aber ich tu doch bereits alles Menschenmögliche, nur wenn du der Ansicht bist, dass das nicht genug ist, dann such dir doch gefälligst jemand anderen dafür. Ach, du weißt doch gar nicht, was du... Hey, hey, was ist denn eigentlich los zwischen euch beiden? Nichts, nichts. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, wirklich nicht. Entschuldige bitte. Ich tu doch wirklich, was ich kann. Das glaube ich dir. Ich glaube es dir. Aber tu mir einen Gefallen. Ich bitte dich, sag mir Bescheid, wenn du irgendwelche Neuigkeiten hast. Ja, mache ich es doch klar. Also gut. Eigentlich bin ich hier, um mit dir zu reden. Deine Mutter und ich haben gemeinsam festgestellt, dass wir eigentlich noch eine zusätzliche Kraft bei uns gebrauchen könnten, die sich ausschließlich um Sophia kümmern sollte und wir dachten dabei an dich. Meinst du das ganz im Ernst? Ich war mir nicht sicher, ob es was für dich ist, aber denk doch mal darüber nach. Es wäre gut zu wissen, dass sich jemand um sie kümmert, den sie kennt und dem sie vertraut. Wenn das der Vorschlag meiner Mutter war. Ich hatte gehofft, du würdest es aus freien Stücken machen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich weiß, dass meine Mutter eine schwere Zeit durchgemacht hat. Und ich würde mich freuen, mehr mit dir zusammen zu sein und ihr helfen zu können. Gut, ich bin sehr froh, dass du so denkst. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass du in unser Haus zurückkehrst. Es gibt mir außerdem die Gelegenheit, einiges bei dir wieder gut zu machen. Und wann möchtest du, dass ich anfange, Sissi? Naja, so schnell es geht. Ich habe deiner Mutter noch nichts von meiner Wahl erzählt, um sie nicht zu enttäuschen, falls du ablehnst. Hättest du was dagegen, wenn ich es ihr sagen würde? Natürlich nicht. Es tut mir leid, Cruz. Es war nicht so gemeint. Ich kann das verstehen, Sissi. Ich danke dir. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Weißt du, dass das Treffen mit Brandon richtig toll verlaufen ist? Und jetzt? Jetzt habe ich sogar einen Job. Es hat mich überrascht, wie schnell du zugesagt hast. Tja, das musst du verstehen, aber... Ich werde nicht gerade mit Jobangeboten überhaupt. Ich wusste gar nicht, dass du auf der Suche bist. Meinst du, du wirst dich in dem Haus überhaupt wohlfühlen? Ich schaffe das schon. Und mit Sissi komme ich auch klar. Ich werde von Tag zu Tag stärker, Cruz. Ich kann es fühlen. Und jetzt, wo Brandon mich akzeptiert, da will ich ihm und Sissi und allen anderen zeigen, dass ich mein Leben auch aus eigener Kraft meistern kann. Zuerst war er ein wenig nervös. Kein Wunder, wenn man an ihr letztes Zusammentreffen denkt. Aber damals war sie ja auch sehr krank. Bei psychisch Kranken weiß man leider nie so genau... Es geht ihr aber wieder gut, Mom. Sie hat sich total verändert. Ich habe nachgelesen, dass Menschen unter Medikamenten sich völlig verändern können. Nimm doch nur die Leute, die unter Einfluss von Craig durchdringen. Was weißt du über Craig? Ich will damit nur sagen, dass es Santana besser geht und ich mich darüber freue. Sie hat wirklich großes Glück mit so einem verständnisvollen Sohn. Wir werden zusammen Fußball spielen. Sie sagt, sie konnte das mal richtig gut. Ach ja? Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Wenn es nach mir ginge, wäre sie immer noch in der geschlossenen Anstalt. Ich freue mich, dass du hier bei mir sein wirst. Tja, Mama, du kennst doch Sissi. Ich konnte sein Angebot unmöglich ausschlagen. Er tat so geheimnisvoll. Ich hatte gar keine Ahnung, wen er einstellen wollte. Und du hast dich heute mit Brandon getroffen? Genau. Ach, Mama, es ist, als ob ich endlich belohnt werde für all die schlimmen Dinge, die passiert sind. Brandon war einfach so... Er war einfach süß. Er war am Anfang noch ein wenig nervös, aber das waren wir beide und das war dann auch schnell verflogen. Er liebt dich ganz sicher, Santana. Nach allem, was passiert ist, hatte ich Angst, ihn für immer verloren zu haben. Aber das ist nicht der Fall. Immerhin habe ich wieder Teil an seinem Leben. Wenn auch... nicht als Hauptperson leider. Ach, Kleines. Wenigstens hast du es geschafft, Gina zu überzeugen, ihn für dich aus dem Feriencamp zu holen. Überzeugt sie? Mama, es war sogar einfacher, als ich dachte. Wirklich? Ich habe ihr noch nie über den Weg getraut. Aber sie... sie scheint sich geändert zu haben. Das heißt, falls das überhaupt möglich ist. Ach, was erzähle ich denn da? Wir reden doch hier über Gina. Und Gina hat schon immer alle hinters Licht geführt. Du traust ihr also immer noch nicht? Nein. Nein, das tue ich nicht. Aber sie hat noch das Sorgerecht für meinen Sohn. Noch. Sind das die Passagierlisten? Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die schicken nachher noch einen ganzen Stapel Kisten rüber. Es ist zum... Was ist denn das? Ich habe es für Sie gemalt. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Oh mein Gott. Woher wissen Sie das? Eden schrieb mir damals gleich nach Ihrem Heiratsantrag. Und das Bild, wo es genau passiert ist, war auch dabei. Ich dachte, das wäre ein schönes Erinnerungsstück an bessere Zeiten. Das ist wirklich unglaublich schön, Susanne. Ich freue mich, dass es Ihnen gefällt. Es ist großartig. Danke. Wissen Sie, als ich dieses Bild malte, musste ich daran denken, wie Eden hier immer wieder in meine Haut geschlüpft ist, nur um Ihnen über den Weg zu laufen und dann wieder zu verschwinden. Vielleicht interpretiere ich ja zu viel in die Sache, nur ich werde das Gefühl nicht los, dass... Dass sie möglicherweise wollte, dass wir zwei uns kennenlernen. Wäre das so weit hergeholt? Tja, ich weiß nicht. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Immerhin entschied sie sich, sie zu verkörpern. Sie folgte mir nach North Carolina zu ihrem Haus. Hat sie es riskiert, erwischt zu werden, nur... um sicherzugehen, dass wir uns begegnen? Oder wollte sie unbedingt, dass... dass ich sie kennenlerne, weil sie... weil sie... weil sie ihr als Mensch so nahe standen? Ich... ich... ich weiß es nicht. Ich... ich werde das jetzt nach oben tragen. Vielen Dank nochmal. Schon in Ordnung. Ärzte Kauderwelsch, Pflegenotstand in den Krankenhäusern und nicht anerkennend von alternativen Heilmethoden. Ist der Patient eigentlich immer der Dumme? Meine Frage und mein Thema heute 15 Uhr. ZEBEN